Hallo Leute, also ich bin jetzt hier in Brüssel angekommen und werde jetzt schauen, dass ich ins Zentrum gelange und das geht hier. Mit drei oder vier komme ich direkt ins Zentrum. Dann gehen wir ein bisschen Zeitsegen machen. Ja, Tali Ende. So, hier befinden wir uns gerade. Tja, früher ist es doch ein bisschen unkomplizierter als ich dachte, aber ist okay. Man findet sich zurecht, auch ohne Französisch, die Menschen sind sehr nett. Ein bisschen Arabisch hat mir hier schon geholfen in Brüssel. Und jetzt gehe ich zur 1er oder 5er Metro und fahre zur Central Station. Und dann schauen wir mal, ob wir mit R ein paar Schnappschüsse machen können im Zentrum von Brüssel. 2013. Coolio! Hallo liebe Leute, ich bin jetzt also in Brüssel, ich habe keine Ahnung wo genau. Ich bin im Zentrum Central Station ausgestiegen und hinaufgegangen. Heute haben wir einen verregneten Tag uns ausgesucht. Es ist furchtbar hier, neblig, kalt, aber es ist hier wie in jeder anderen Stadt auch. Ich gebe euch jetzt mal einen Rundumblick und dann suchen wir eine Touristeninformation. Vielleicht kann mir ja irgendjemand helfen. Ja, das dürfte irgendeine Kathedrale sein, nachdem ich noch keine Touristeninformationen habe und keinen Reiseführer weiß ich es noch nicht. Aber wir werden schauen. Wir werden uns mal dorthin begeben und ein paar Fotos machen. Das ist die Kathedrale von St. Michel. Und wunder, wunder, wunderschöne Glasmalerei gibt es hier. Wunderbar. 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 Wunderbar.